Hallo, hier ist Tammu. Ich zeige euch heute die Freunde der Zehn. Fünf plus fünf sind zehn. Wenn man zu den rosanen Smarties zwei dazu packt, dann hat man sieben. Und wenn man von den blauen zwei wegnimmt, dann hat man drei. Und sieben plus drei sind zehn. Wenn man von den blauen zwei wegnimmt und bei den rosanen zwei dazu packt, dann hat man die Aufgabe neun plus eins sind auch zehn. Wenn man zu den blauen drei dazu packt, dann hat man vier. Und wenn man von den rosanen drei wegnimmt, dann hat man auch sechs. Und das sind auch zehn. Wenn man das umdreht, dass hier zwei dazukommen und hier zwei wegkommen, dann ist das eine Tauschaufgabe. Und das sind auch zehn. Wenn man zu den rosanen fünf, sechs dazu packt und von den blauen alle abzieht, dann hat man zehn. Wenn man von den rosanen zwei abzieht und den blauen zwei dazu nimmt, dann hat man auch zehn. Und danach darf man die Smarties essen. Tschüss. Tschüss.